So, jetzt sind wir dann gleich dran mit der Zusammenfassung. Hey, tschau zusammen! Oh! Schabbi, verreck! Roman Altsuch! Freut mich, ich bin Baschi. Wir sind gleich live von Nair, du bist im falschen Studio. Ja, ich muss zu... Die Nullerjahre, das Revival. Ich dachte, das ist im Viering. Aber ich wäre doch auch super für Fussball. Ich bin trainiert. Es ist zwar wirklich mehr Werbung als etwas anderes. Ja, das kann ich auch. Tschüss zusammen! Nitschdrang, das war ein geiler Mann. Toll! Baschi, der Sänger. Den habe ich vor ein paar Jahren trainiert. Das war noch gut. Ja, natürlich. Auf dem Flügel hat er gespielt. Aber er singt besser, als er zu spielen.